Hallo zusammen, es ist Freitag, der 13. und zwar im November. Wir haben 17.42 Uhr, der DAX hat zu. Ein insgesamt recht langweiliger Tag, aber insgesamt aber auch eine sehr interessante Woche. Vor euch liegt der Chart, eine Kerze, ein Tag. Und wir haben halt hier eine Riesenrallye gemacht, hier von der 11.451, das sind die Xetra-Kurse. Das ist nicht das, was wir vorwärtslich gehandelt haben. Hoch bis zur 13.300. Also eine ordentliche Bewegung. Der Markt hat jedes Recht, hier mal zu pausieren. Wir sind wieder in der altbekannten Range, beziehungsweise an deren Top. Und die gilt erst als überboten, wenn wir über 13.300 mit Schlusskurs schließen. Ich mache den Freund mal hier ein bisschen größer ran. So, wie sieht das aus? Die Bänder werden spätestens ab Mittwoch zusammenfallen. Die Volatilität ist jetzt vom Höchstpunkt vom VDAX von 40 heute runter auf unter 25. Ich glaube, dass die auch ein bisschen weiter fallen wird. Ich habe kein Problem zu glauben, dass die unter 20 geht. Für diejenigen von euch, die Optionen handeln, ist das durchaus interessant. Oder Optionsscheine. Also die sollten runterkommen. Wir sind in der oberen Hälfte grundsätzlich erstmal positiv. Und wir haben hier diese fette Linie 13.300. Die Gleitendurchschnitte sind nach oben gedreht oder haben nach oben gedreht. Das ist in Ordnung. Die 200-Tage-Linie ist weit weg bei 12.060. Der Semmer CD fällt ab, lang, kurz, kurz, den zweiten Tag hintereinander. Das ist eher negativ. Der Ostsenator gilt natürlich als heftigst überkauft mit einem Wert von 91. Aber es ist noch kein Verkaufssignal. Muss ich warten, bis er sowas hier macht. Unter die 80 geht. Ich muss ehrlich sagen, mir fällt hier nicht allzu viel ein. Er hat sich nach dieser Bewegung jede Pause verdient. Diese Pause kann, und es wäre ideal, wenn es das täte, bis zu dem 38er Fibonacci Retracement führen. Das liegt bei 12.593. Dann schließen wir auch mal hier die Kurslücke. Und die ist sogar noch ein bisschen tiefer. Die ist bei 12.480, glaube ich, war das. Moment, ich mache es mal rein. Hier, 12.478. Das wäre ideal. Da würden wir uns auch noch mal mit der 20-Tage-Linie beschäftigen. Das wäre gut. Aber ob er das macht, weiß ich nicht. Im Moment ist also das hier leicht negativ. Das ist negativ. Die Bänder geben kein Signal. Gleitende Durchschnitte sind positiv. Chart ist noch in Ordnung. Wird aber erst dann besser, wenn er wirklich die 13.300 vor dem Hintergrund irgendeiner, was auch immer, gearteten Nachricht überbietet mit Schlusskurs. Ansonsten muss ich davon ausgehen, dass wir noch mal hier ein bisschen Pause nehmen. Diese Pause kann seitwärts oder leicht korrektiv sein. Der maximale Verlust dürfte nicht größer sein als der 12.593. Es gibt Tage, da muss man nichts machen. Wenn jetzt Montagmorgen ist und wir fangen genauso an, dann werde ich wahrscheinlich auch die ersten fünf, sechs Stunden mal am Bildschirm ausmachen oder gehe raus. Da muss ich nicht davor sitzen. Da ist einfach Geduld gefragt. Ich habe einen Call für diejenigen, die dann glauben, dass wir doch über die 13.300 gehen. Ich muss ihn etwas tiefer nehmen. Hier, 12.359. Ich runde mal leicht. 12.360. Damit sind wir unterhalb von dem 50er Retracement und der 20-Tage-Linie. Er liegt also hier, wo jetzt die Maus ist. Das ist ein Open-End-Schein. Und er hat immerhin noch einen Hebel von 18. Mit der Kennnummer GF65VF. Gustav Friedrich 65, Veronika F wie Friedrich. 12.360. Im Moment traue ich mich noch nicht, da näher heranzugehen. Dazu brauche ich einfach mehr Signale. Und an denen mangelt es hier mir momentan. Einen Short kann ich näher heranziehen. Und da habe ich mir den hier ausgesucht. 13.606. Auch ein Open-End-Schein. Mit der Kennnummer Gustav Bertha 9, Gustav 6 Heinrich. GB9 G6 H. Der muss aber gestoppt werden, wenn der Schlusskurs über der 13.300 liegt. Sagen wir mal 13.320. Ja, der ist also noch ein bisschen weiter weg. Hat einen 25er Hebel. Ist eine schöne Option. Aber heute hier und jetzt am Freitagabend möchte ich sagen, der Markt hat ein 51 zu 49 prozentiges Risiko. Also das ist aufgrund von diesen Geschichten hier leicht negativ. Aber wirklich nur hauchdünn. Eine gute Nachricht, was auch immer das sein soll. Und wir reißen hier oben das Top. Und dann haben wir nochmal 3, 4, 500 Punkte drauf. Ich übe mich in Geduld. Das muss manchmal sein. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.